Moin, mein Name ist Kai Köser. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und Pflegevater von zwei Kindern. Ich möchte von Ihnen in den Bundestag gewählt werden, weil Sie mit mir einen Abgeordneten bekommen, der sich sein ganzes Berufsleben darum kümmert, dass es Menschen gut geht. Früher habe ich im Hotel gearbeitet. Da habe ich gelernt, die Bedürfnisse von Menschen zu erkennen, schon lange bevor sie selber wissen, was sie wollen und was sie brauchen. Das war mal der große Trick und dieses Wissen, das nützt mir bis heute. Nun aber dies seit fast zehn Jahren für verschiedene gemeinnützige Organisationen und versuche, das Leben von Menschen besser zu machen. Meistens geht es dabei um Menschen, die benachteiligt sind. Im Bundestag möchte ich mich aber ganz besonders einsetzen für die Interessen von Kindern und Familien. Die Interessen von Kindern kommen noch immer viel zu kurz in der Politik und gerade die Jugendlichen leiden in der Pandemie ganz besonders. Aber schon vorher waren die Chancen viel zu ungerecht verteilt. Das erlebe ich tagtäglich als Pflegevater, das habe ich in meinem eigenen Leben aber auch selber erfahren. Darum will ich nicht weiter Kindern helfen, denen es schlecht geht, sondern ich will dazu beitragen, dass alle Kinder in unserem Land gut aufwachsen können und natürlich ganz besonders hier in unserer schönen Region. Bitte geben Sie mir dafür Ihre Stimme. Vielen Dank.